Das ist Johannes Schlüter. Der gebürtige Göttinger arbeitet seit 2005 als Merkel-Pilot für die Bundesregierung. Sein Arbeitsplatz ist das sogenannte Kopfpilz. So, dann fahren wir die Alte mal hoch. Am Voice-Boot gebe ich so ein, was die Merkel so sagen soll. So zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, was passt zu ihr. Nachteule. Nachteule. Herr Schlüter, Sie steuern die Merkel seit zehn Jahren und das nahezu unfallfrei. Was ist Ihr Geheimnis? Na ja, ich fahr halt immer mit angezogener Handbremse auf dem Mittelstreifen. Mit diesem Sonntagsfahrerstil steuerte Schlüter die Merkel auch in die Flüchtlingskrise. Rechte Krawalle ließ er die Kanzlerin im Leerlauf aussitzen. Doch dann, Vizekanzler Gabriel stellt sich dem Elend im Lande. Er besucht Flüchtlingsheime und Til Schweiger. Die dicke Gabi hat mich einfach links überholt. Da musste ich natürlich sofort das Steuer rumreißen. Also ich hab dann die Merkel erst mal so auf menschlich getunt, so mit diesen elektrischen Lefzenhebern. Und dann hab ich sie auch noch voll nette Sachen sagen lassen. Jo, okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Oh nochmal. Wir schaffen das. Doch dann, Deutschland führt Grenzkontrollen ein. Schon wieder ein Richtungswechsel. Woher kommt dieser Schlingerkurs? Das war ein Ausweichmanöver. Ich wäre fast mit so einem Geisterfahrer zusammengestoßen. Mit dem Seehoferpiloten. Ja, jetzt legst du mich noch am Arsch. Mit dem Mutter-Theresa-Scheiß-Rektor. Mach die Grenzen dicht. Also Gott sei Dank hat die Merkel einen total kleinen Wendekreis. Ich zeig' Ihnen das mal. Left, right, left, right, left, right, all right. Und wenn mir gar nichts mehr einfällt, dann... Aber in diesen Zeiten, Herr Stütter, da braucht es doch einen Masterplan. Da braucht man klare Entscheidungen. Ja, ja, ist kein Problem. Also fragen Sie die Merkel mal was und ich tippe Ihnen eine klipp und klare Antwort ein. Richtig? Entweder oder. Okay, also alle Flüchtlinge aufnehmen oder alle zurückschicken? Beides. Johannes Schlüter. Ein Mann steuert die Merkel ganz cool durch schwierige Zeiten.